Unternehmen stehen heute vor vielen Herausforderungen. Einer der grössten ist es, die passenden Mitarbeitenden zu finden. Vor dem Hintergrund des globalen Wettbewerbs um die besten Talente sind die Rekruter stark gefordert. Wir meinen, dass man sich dafür die bestmögliche Unterstützung holen sollte. Dazu gehört eine umfassende Software wie SAP SuccessFactors. Unser Kunde Suva ist der grösste Unfallversicherer der Schweiz mit Sitz und Luzern und über 3000 Mitarbeitenden. Jährlich werden über 300 Stellenausschreibungen publiziert. Seit knapp über einem Jahr arbeiten die zuständigen HR-Mitarbeitenden mit der Recruitinglösung von SAP SuccessFactors. Unser Kandidatenmanagement ist mit SAP und unserem IT-Partner einfacher und übersichtlicher geworden. Viele Abläufe sind jetzt automatisiert. Auch die Korrespondenz mit unseren Bewerbern ist viel unkomplizierter. Die Feedbacks von unseren Führungskräften sind durchwegs positiv. Wir gehen ausserdem von einer deutlichen Verkürzung der Zeiten vom ersten Assessment bis zur Einstellung aus. Auch wenn wir noch keine konkreten Zahlen vorliegen haben, weil wir das System noch nicht so lange benutzen. Für mich als IT-Verantwortlichen ist es sehr wichtig. Das System ist leicht verständlich. Mich erreichen nur sehr wenige Support-Anfragen von meinen Personalkollegen. Unsere Schulungen und ausführliche Benutzerdokumentationen sind entscheidend für einen guten Start und die Akzeptanz für ein neues System. Wir arbeiten mit SAP SuccessFactors, seit es in Europa bekannt wurde und sind mittlerweile mit über 100 Beratern einer der führenden Implementierungspartner. Unsere Kunden erhalten von uns sowohl die strategische Beratung wie auch die kundenspezifische Unterstützung im Prozess- und Systemdesign. Dies nicht nur während der Implementierung, sondern auch nach dem Go-Live. Auch nach der Einführung bleiben wir intensiv mit dem Kunden in Kontakt und besuchen ihn auch regelmässig vor Ort. So haben wir auch beispielsweise gemeinsam die Roadmap für die weitere Digitalisierung der HR-Prozesse erarbeitet. Wir werden mit TTS und SAP SuccessFactors weitermachen. Insbesondere der Quickstart-Ansatz hat uns sehr überzeugt. Als nächstes planen wir die Implementierung des Learning Management Systems LMS. Damit managen und optimieren wir das interne Schulungsangebot. Lebenslanges Lernen ist in der heutigen Zeit überlebenswichtig. Unsere Mitarbeitenden halten wir somit fit für den ständigen Veränderungsprozess in der heutigen Wissensgesellschaft. Wissens